Er gehört zum schönsten Fest des Jahres dazu, der Christbaum. Am Hof von Barbaron Bernhard Unterberg in Aschbach etwa hat die Zucht von Nordmannstannen und Blaufichten schon lange Tradition. Seit 1994 werden jedes Jahr auf einer Fläche von über drei Hektar Bäume gepflanzt. Hallo, grüß euch. Wir von Christbaum Land hier in Aschbach sind wieder bereit für euch. Wir haben die Bäume geschnieden. Es sind wunderbare Bäume, Mondphasen geschnitten. Leider können wir heuer Corona-bedingt den Ausschank mit dem Glühmust nicht machen. Ich hoffe, dass es trotzdem kommt und ein Bäume holt es von uns, weil geschnieden sind und sie warten auf euch. Regina und Thomas Halbmeier, die Nachbarn von Bernhard Unterberger, produzieren eine große Vielfalt an originalen Produkten wie Säfte, Schnäpse, Moss, Seider, Essige, Fleischspezialitäten und Aufstriche in bester Qualität und mit hoher Sorgfalt. Grüß euch liebe Leute. Wir sind im Hause Halbmeier in unserem Hofladen. Wir sind die Nachbarn von Unterberger Bernhard, der im ganzen Dezember Christbaum verkauft. Und wir haben eben auch selbst einen Hofladen, um unsere Produkte anzubieten und zu verkaufen. Von Fleisch, Wurst, Schnäpse, Liköre, Seider, Apfelsaft, Birnensaft und Kühlwurst fertig in Kanister oder in Literflaschen. Können Sie gerne mal vorbeikommen und bei uns unseren Abrufladen besichtigen und gerne einkaufen. Brauchen Sie ein in die Genusswelt des Mosthüttels und lassen Sie sich von den Erzeugnissen in ihren verschiedensten Formen erführen. Sen Moment st shipping und wenn es nicht zufrieden ist. Bis zum nächsten Mal.